Zungenkuss, Leute. Nee. Wir spielen das sehr gerne. Auf einem Becher steht Orgasmus vortäuschen. Ja, da, deswegen steh ich hier. Ja, aber wie soll man was vortäuschen, was man noch nie hatte so? Teilt euch auf, Hälfte, Hälfte. Mädchen gegen Jungs, oder? Und was? Orgasmus vortäuschen, oder? Ah! 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 Also war safe immer vorgetäuscht, wie sich das anhört. Shot trinken. Ich würde in dem Bum-Bum-Bum mit. Alle müssen antworten. Wir gehen einmal so rum. Jetzt auf einmal wieder alle. Wenn ich jemand wählen müsste. Und Marie, du hast Marius. Mit William. Kann ich sagen mit niemand. Aber wenn du knutschen müsstest. Ja, sonst würde ich das denn nehmen. Bei mir ist glaube ich klar. Wer? Bei dir? Würde ich nicht, weil Mama guckt zu. Aber am ehesten Leon. Tim? Okay Tim. Jessi, du? Boah, schwierig, Leute. Ich glaube Mike. Okay. Wir sind beim Küssen auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Boah. 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 Dann komm. Kannst du auch gerne jemanden anderen nehmen. Ja, okay. Dann komm. Oh du. Nicht weglaufen. Komm. Oh, 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 oh. Das schmeckt bestimmt lecker. Das war auf jeden Fall lustig. William hat auf jeden Fall einen Bauch, aus dem man gerne ein Stückchen trinkt. Schon wieder, du. Na jetzt soll mal jemand anders. Hm. Ja, geht halt so. Das reicht. Gib doch jemanden anderen die Chance. Sag mal. Der ist nur nett gemeint. Ihr wollt noch mehr Are You The One? Dann schaut euch die Videos hier an. Und wenn ihr die ganze Staffel sehen wollt, dann hier.